Auf einer Skala von 1 bis 10, was meinst du, wie beschissen wird's? Das Wetter ist schlecht, die Bedingungen sind schlecht. Es zehrt schon so ein bisschen, auch an der Substanz, an den Nerven. Ah, scheiße. Portfallmäßig geht gar nichts, die Tiere haben keinen Bock. Aber immerhin habe ich mich ordentlich an der Qualle verbrannt. Das ist es eben. Genau das ist es eben. Auf die Azonen kommen, runter tauchen und dann rappelt's. Alter, war das geil oder was? War richtig geil, Alter.